Hallo und herzlich Willkommen. Es freut mich, dass du dabei bist. Ich habe Neuigkeiten. Im März startet ein neuer Online-Kurs. Du entscheidest, ob du verzweifelst. Du entscheidest, ob du glücklich bist trotz chronischer Schmerzen. Du entscheidest, ob du ein Leben führst, wie du es führen willst. Und die Schmerzen dürfen da sein. Oder ob du kämpfst gegen die Schmerzen und alles, alles tust, damit sie endlich weggehen und sie bleiben. Akzeptanz kann der schnellste Weg dazu sein, dass etwas verschwindet. Akzeptanz bedeutet außerdem, dass es dir hinterher eigentlich egal ist, ob es verschwindet oder nicht. Ja, aber ich kann doch meine Schmerzen nicht einfach akzeptieren. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Du kannst deine Schmerzen akzeptieren. Du kannst sie sogar lernen, wertzuschätzen. Das ist der Inhalt des neuen Online-Kurses, der ab März startet. Du lernst, deine Schmerzen zu regulieren. Du lernst, deinem Körper schmerzsenkende Mittel zu geben, entzündungshemmende Mittel über deine eigenen Hormone, über die Atmung. Du lernst über Entspannung, deine Schmerzen zu senken, weil dein Stress nachlässt. Und du lernst, das, was deine Schmerzen für dich tun, zu erkennen, wertzuschätzen und mit deinem Körper so weit in Verbindung zu kommen, dass ihr ein Team werdet und nicht mehr gegeneinander schafft. All das kannst du im neuen Online-Kurs lernen. Wenn du dabei sein willst, schau auf meiner Webseite www.schmerzverstehen.ch. Dort findest du alle Informationen und melde dich rechtzeitig an. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.